Skotia Film präsentiert voller Stolz einen der herausragendsten Filme des Jahres. Den Gewinner der Goldenen Palme 1994. Den besten Film des Festivals von Cannes. Ist ein interessanter Punkt. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so? Na ja, er verlässt die Stadt, geht nach Florida und hat mich gebeten, ob ich mich um sie kümmern kann, während er weg ist. Dich um sie kümmern? Nein, Mann. Nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon. Mir die Zeit vertreiben. Verstehst du, es ist so eine Art moralischer Test für dich selbst. Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie sollen mich ausführen und alles tun, was ich will. Du kannst auf jeden Fall Loyalität bewahren. In der Nacht des Kampfes wirst du vielleicht einen leichten Stich spüren. Stolz tut nur weh, aber er hilft nie. In der fünften geht dein Arsch zu Boden. Du musst zugeben, wenn man mit Streichhölzern spielt, verbrennt man sich. Für so einen Auftritt sollten wir eigentlich Gewehre nehmen. Wir sind in großer Gefahr nicht wahr. Ich bin gewillt, die ganze Welt nach dem Scheiß-Kerze-Docke. Oh, tut mir leid, habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Get down, get down. Sie haben eine Leiche ohne Kopf in Ihrem Wagen in der Garage. Führen Sie mich hin. Hassen Sie das nicht auch? Was denn, Hassen? Unbehagliches Schweigen. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Planner, Maria de Madeiros, Ving Rhames, Eric Stolz, Rosanna Akkett, Christopher Walken und Bruce Willis. Was gott's denn so, Freundchen? Ich bin nicht dein Freund, Penner. Verrett, ihr verdammten Fichser, verreckt! Full Fiction. Du denkst wirklich daran auszustellen? Auf jeden Fall. Was willst du dann tun? Dann werde ich einfach über die Erde spazieren. Was soll denn das schon wieder heißen? Du weißt schon, wie Kane in Kung Fu. Du weißt schon, wie Kane in Kung Fu.